hallo leute willkommen bei trackmania rpg heute auf dem server hier wollte ich gerade drauf das wurde irgendwie gehackt oder so dann gehen wir hier drauf ich bin bereit wir werden sehen ob die map gut ist wir sind gelandet ja wo denn mondbasis 182 was kann man hier auf dieser mondbasis machen aha okay das ist ein trackmania schild ja was müssen wir machen wir müssen wir müssen schild ganz sammeln wir sind wissen sammeln und zurückbringen coole story gefällt mir jetzt auch irgendwann los okay wir dürfen nicht diese mission upscrew ja genau machte so schnell wie möglich wir wollen hier effizient arbeiten meine crew kommt und holt mich ab wenn wir fertig sind ok da geht es mal los oder wo starten wir denn ich bin gespannt da so okay das glaube ich unser raumschiff wir gehen mal raus aus dem raumschiff hoch gerettet wo müssen wir denn lang und müssen wir in diese nische rein ich glaube nicht interessant hier also ich glaube ich bin ja auch der einzige drauf weiß ich wieso da 1 von 20 stand mal sehen wir müssen vielleicht doch hier rein und und nee wir sind doch nicht hier lang oh nein geh nochmal wir schaffen das aber wir schaffen das was gott diese musik werden wir diese mission schaffen es geht hier um leben und tod wir müssen die mission wir dürfen die mission nicht verkacken gott das leben unserer rasse steht auf dem spiel doch wo können wir unser wissen wissen sammeln so mysteriös wo muss man lang ich weiß es nicht das wusste ich natürlich ganz easy ganz easy ist da eigentlich schon mal sie spannende mission ok ich hoffe ok muss man oh ok das das war nicht so gut eikei wir müssen ja unser bestes geben es geht ja um die mission oh mein gott wenn wir diese mission jetzt verkacken dann dann stirbt unsere alien rasse aus oh nein sie darf nicht aussterben aber wir sind ja hier um ihr schicksal zu verändern wir müssen nur etwas sammeln von dieser erde was uns weiterhilft wir wissen nicht wie es aussieht und wo es oder wo es ist aber irgendwo hier muss es sein oh check point yeah oh nein oh nein oh ein fehler dank unserer win-wide äh fähigkeit unserer alien rasse konnten wir nochmal zurückspulen in der zeit yeah wo muss man lang ich glaube hier hoch nice nice ich glaube das war falsch falsch da oben ist ein checkpoint wir wollen zum checkpoint checkpoints sind gut aber wo muss man lang wo muss man lang stehen auf den schildern breaking news invaders are in our galaxy aha wir sind im jahr 3010 das sagt schon viel die map wurde wahrscheinlich 2010 gebaut und da dachte ich sich ein witzbold ja tausende jahre in der zukunft klingt doch ganz gut ich habe keinen plan wo ich hin muss ist ja sehr offen hier war ich schon vielleicht muss ich einfach mit Vollspeed durch oder so dann nach rechts dann nach rechts ne da ist auch nichts dann weiß ich auch nicht dann vielleicht doch nach links ja nach links könnte es sein wenn ich dann nur so einen kleine so einen kleinen knick nach links mache ja das sieht gut aus und jetzt müssen wir ich muss ich da rüber wahrscheinlich ok anlauf und rüber ja wir haben es geschafft gute Arbeit Leute gute Arbeit äh wo müssen wir lang jetzt lang mysteriös, mysteriös jetzt darf ich keinen Fehler machen ein Fehler und unsere Mission ist gescheitert oh mein Gott wo müssen wir lang wo müssen wir hin und niemand weiß die Antwort hm ich scoute hier mal ein bisschen ich muss hier springen und dann hier rauf ne hier war ich ja schon mysteriös wo muss ich hin die Spannung steigt oh mein Gott wo müssen wir hin wo es genügend info ok da müssen wir lang dann fahren wir da mal hin wir dürfen es nicht fahr ja wir haben es geschafft gute Arbeit gute Arbeit ok als nächstes ist hier wieder ein Jumble ja hier müssen wir wieder mit Turbo ran wenn wir es schaffen die Spannung steigt uuuhh yeah uuuhh ok nochmal alles von vorne ok ok das sieht auch gut aus uuuhh oh Gott diese Mission wir haben nicht mehr viel Zeit gleich geht die Welt unter von Invadern aber wenn wir dieses Wissen erlangen hier dann können wir sie aufhalten diese bösen Aliens wir haben versucht mit ihnen zu verhandeln aber sie wollten einfach nicht auf uns hören tja und wer nicht auf uns hört dann schlagen wir einfach zusammen ok langsam wäre auch mal ein Checkpoint nice äh Checkpoints habe ich erst eingesehen ok wir mit Anlauf ran nicht zu viel Anlauf ja da habe ich einen Checkpoint gesehen da fahre ich mal ganz cool rückwärts rein ok auf Röhren fahren kein Problem auf den größen Röhren hören schade da muss ich mit mehr Speed drauf kommen nice ok wieder auf die Röhre die großen Röhren sind kein Problem für das Bergungsfahrzeug J937 das war glaube ich nicht richtig wo muss man lachen wo befindet sich das Wissen der Alienrasse ich glaube wir sind da dran wir müssen es schaffen dieses Wissen zu erlangen so wir sind in einer Wohnung eingedrungen vielleicht findet sich hier befindet sich ja hier das Wissen all das Wissen was sie haben doch hier war nichts kein einziger Spur von Wissen war diese Alienrasse überhaupt intelligent hatte sie irgendein Medium zum Aufschreiben von Wissen Fragen über Fragen Niemand kennt die Antwort Was will die Alienrasse bloß von uns? Wieso will die Alienrasse uns tot sehen? Wissen es nicht es ist alles ein Mysterium ein Mysterium der Zeit und ich habe keine Ahnung wo ich hier hin muss ok wir fragen mal wieder die Drohne ok ich steuere die Drohne Drohne was sind unsere möglichen Wege Wege wuuuuuuu ok das sind also unsere möglichen Wege doch wie? wie schaffen wir das? wie kommen wir weiter? Drohne bitte finde einen Weg einen Weg zum Wissen dieser Welt sehr spannend die Drohne hat noch nichts gefunden doch bald wird sie etwas finden bald nicht mehr allzu lang bald werden wir es schaffen bald die Drohne sagt uns wir sollen nochmal diesen Weg versuchen dann probieren wir es nochmal vielleicht mit ordentlich Schwung vielleicht werden wir es mit Schwung diesmal schaffen das war nicht gut war keine Sorge wir mit unserer Rewind Fähigkeit können wir es noch schaffen ach ne na wir füßen da mit Fullspeed rein ach wie wollen wir da mit Fullspeed rein ohne gegen die Kante zu stoßen so auf jeden Fall nicht ok keine Sorge unser Treibstoff ist noch lange nicht aufgebraucht diesmal können wir es schaffen pfff nein Mist aber wir können es trotzdem noch schaffen wir sind nur mit Fullspeed da rein keine Sorge unsere Rast ist noch nicht ausgestorben noch nicht aber wenn wir weiter so verkacken dann wird sie es bald sein das war nicht gut ist aber unser einziger Weg werden wir es schaffen ah Mist schade schade aber es bleibt noch Hoffnung noch ist die Hoffnung noch nicht verloren ah das war ganz gut fast ganz gut aber nicht gut genug wir müssen es schaffen unsere Rasse steht auf dem Spiel unsere gesamte Rasse könnte auch sterben wenn wir das Wissen nicht erlangen ach wir schreiben das Jahr 3010 in Veldes wollen unsere Welt rauben uuuuuhh ich hab's geschafft uuuuuhh ok wir haben einen schwierigen Abschnitt geschafft jetzt sollten wir schneller in Infos kommen doch wo befinden sich diese Infos noch haben wir keine Spur von ihnen gefunden von dem Infos die wir brauchen was für Waffen benutzen sie was für Waffen benutzen sie niemand weiß es was für eine Technologie benutzen sie wir wissen es nicht wir verstehen es nicht alles wichtige Fragen die Antwort kennt nur die Rasse selbst und diese Infos sind hier aufgeschrieben irgendwo hier doch wo das fragt sich jeder Fragen über Fragen quietsch vielleicht ist es hier unten tatsächlich da unten war eine Lücke mit unserer Rewind Fähigkeit können wir es wieder wiederholen und diesmal machen wir diesen Fehler nicht und fahren hier direkt runter auch eine Untergrund Basis spannend hier sollten die aliens auch irgendwo sein hoffentlich bemerken sie uns nicht Gerüchten zufolge sollen die aliens keine Ohren haben ob das wirklich so ist wir wissen es nicht wir stehen nämlich nicht mit den aliens in Kontakt wir haben versucht Kontakt aufzunehmen aber die aliens haben nur eine Nachricht geschickt wo sie zwei menschen ermordet haben tragisch tragisches Ereignis aber man kann auch nichts daran ändern das haben wir leider nicht geschafft wir müssen wieder einen Schritt zurück gehen die Sache neu betrachten neue Möglichkeiten suchen und finden was können wir tun was wohl wir müssen kämpfen wir müssen gewinnen wo wo sind die Infos versteckt die Infos zu dieser Welt wir brauchen sie wir brauchen sie wir brauchen sie sie sind essentiell Mist ein Fehler ein Fehler noch ein Fehler mehr wir können es vielleicht nicht mehr schaffen die Infos zu retrieven keine Sorge einige Male können wir noch rewinden doch so langsam sollten wir auch Fortschritt machen wir haben noch kein einziges Schriftstück gefunden wenn es weiter so bleibt dann können wir unsere Rasse vergessen das wollen wir ja nicht wir wollen wir wollen wir wollen wir wollen dass wir leben dass wir die einzige Rasse die einzige kluge Rasse im Universum sind die diese ist einer unserer Mondbasen sie haben eine Atmosphäre nicht jeder Mond hat eine Atmosphäre dieser Mond ist besonders deswegen wohnen hier auch viele Menschen normalerweise doch nun nun ist hier niemand mehr keine einzige Person mehr hier mein Sensor spürt etwas bald bald sind wir bei den Infos angelangt was werden diese Infos Infos beinhalten nur die Zeit kann dies wissen die Musik hat aufgehört oh nein ein schlechtes Omen das heißt die Ends sind nah ok die Musik hat wieder angefangen die Ends sind doch nicht nah Fährer gut wir haben also noch Zeit Zeit die wir auch brauchen um die Infos zu finden schade sehr ärgerlich ganz knapp sehr mysteriös hier oh mein Gott wir können nur noch einmal Rewinden wenn wir oh Gott wenn wir das jetzt failen haben wir noch eine Chance das richtig gerade zu kriegen oh nein unser Treibstoff ist alle unser Treibstoff ist alle wir können vielleicht nicht mehr wir können vielleicht nicht mehr oh Gott wir können vielleicht nicht mehr zurück oh Gott wer wird das jetzt verkacken nein wir haben noch eine zweite Chance bekommen aber wenn wir das jetzt nicht schaffen dann ist unsere Menschheit verloren verloren niemand anderes kann es schaffen oh Gott nein nein und damit liebe Leute ist die Rasse dort die Rasse des Autos leider ausgestorben die aliens haben gewonnen tragisches Ereignis tja das war's mit dieser Folge wir spielen diese Map nicht weiter und beim nächsten Mal spielen wir vielleicht eine andere Map bis dahin tschüss